Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primer. Wir sind unterwegs und wir sind allen Typen da und holen ihn für unser Dorf und... Bitch Fight! Oh, wie süß, sie läuft. Komm, Kitty Fight. Pussy Fight. Oh, ich hab unseren getroffen. Komm schon, Pussy Fight. Lauf, hol sie dir. Zeig, wer hier die Richtige ist. Du bist hier so die richtige Katze. Zeig deine primitiven Instinkte. Ich würde gerne viel schneller laufen, ehrlich gesagt. Boah, die ist so weit weg gerade schon. Äh. Komm schon, Kitty. Kitty. Jag sie zu mir. Haustierchen! Oh, fuck. Ha, hast Angst, ne? Was ist denn da hinten eigentlich angezeigt? Was ist die denn kommen lassen? Ich geh jetzt erstmal da hinten hin, weil das auch so ein... Äffchen! Äffchen! Okay, töte die Angreifer. Kitty! Braaave. Oh, der ist gerade einfach zu Staub zerfallen. Komm schon, Kitty. Braave, Kitty. Hey, Typ, du bist frei. Komm zu unserem Dorf. Da, Westen und so, ne? Ja, ja, gern geschehen. Ich und meine Katze, ne? Ja. Winja, 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 Winja. Winja, geisterfrei, blablabla. Cool, neuer Dorfbewohner. So einfach geht das. Mensch, muss mich einfach retten und dann kommt er zu ein. Ich sollte Bürgermeisterin werden. Überall. Gleichzeitig. Au! Kätzchen! Achso, ist schon tot. Gut. Tut mir leid. Ja, Gorfell. Jetzt habe ich das... Da hinten sind schon wieder Venja. Kätzchen! So tief das Wasser, oder was? Oh, der ist schon tot. Das lohnt sich gar nicht mehr. Kätzchen! Komm, in den Penis! Nö, ich habe keine Pfeile mehr. Fick. Tja. Kätzchen, ich habe keine Pfeile mehr. Ich brauche mehr Pfeile. Ach, Kätzchen. Komm schon, Kätzchen, wir räumen auf. Mehr Pfeile. Ja. Ich hoffe, du warst kein Venja. Aber du bist hübsch. Hübsch du sein. Hat aber eine feindliche Aura. Ey, Prisschen, die ist hübsch. Die wollte ich noch vergewaltigen. Äh, ich kann mir nicht durch! Äh, Venja! Gut. Gehe ich halt außenrum. Wer habe ich gerade schon wieder gesehen? Ist hier noch wer? Ich will eure Sachen klauen. Ist hier noch wer? Hm. Toll. Darf ich nehmen? Dankeschön. Wartet mal. Ich habe doch immer so einen Vorratslager. Da steht immer so tägliche Lieferung. Ist hier irgendwie mein Lager. Kann ich irgendwas... Kann ich irgendwas nehmen? Aus diesem Lager? Kann ich hier irgendwie drauf zugreifen? Das würde ich sehr befürworten. Da ist bestimmt Holz drin. Ich hätte gerne Holz. Wirklich. Ne, hier kann ich nur so drauf zugreifen. Schade. Na, komm, Kätzchen. Müssen wir uns halt selbst Holz verdienen. Gut. Was ist da hinten? Bestimmt wieder irgendeine ganz tolle Mission. Aua! Kätzchen, pass auf! Ja, ich bin ein Ninja. Halt's Maul. Ich will nichts verschwenden. Erfolgreich freigeschattet. Ne, erfolgreich freigeschattet. Fass. Ja, das klingt nach mir. Hi. Bienenschwarm? Warum hat das so einen Bienenschwarm in der Hose? Was ist denn das Weib? Da. Weil sie überweintrücken, ne? Hartolz! Ich liebe diese Frau. Sie ist tot, aber ich liebe sie. Obwohl, drei Feile sind gerade auch nicht das Beste, was ich mir wünschen könnte. Wir haben noch einen anstrengenden Weg vor uns. Äh, das wollte ich nicht. Ich verschieße einfach zu viel. Hühnchen! Hühnchen! Was? Nein, du sollst das Hühnchen fassen. Du sollst dieses scheiß... Dieses... Da ist ein Hühnchen, Mann. Okay, scheinbar kannst du nicht das Hühnchen fassen. Holz. Ich geh zum Holz. Ist mir egal, was ihr macht. Ich geh zum Holz. Gut. Guti. Oh, wie schön du da stehst. Habe ich eigentlich noch? Ich habe noch Köder. Falls ich irgendwie ein Tier sehe, das mir gefällt. Ich hätte gerne so einen großen Löwen, wie wir den gesehen haben. Was verspürt da? Oh Gott! Schatzi! Hallo, kümmer dich mal! Heile mich! Rette mich! Rette deinen... Rette deinen Vorgesetzten! Du musst mich retten. Ey, die Katze gewinnt! Du sollst diese Bestie aber nicht zähmen. Komm zurück! Oh, das ist nicht gut gewesen. Was ist jetzt passiert? Au! Au, 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 au! Du böses Bistvie! Nein! Nein! Was seid ihr für ein Mist? Was beschützt du deinen Meister nicht? Untreue Katze, du! Was liegt hier? Okay, du hast das Huhn für mich geholt. Es tut mir leid. Ich liebe dich doch. Ich glaube, wir sollten besser auf den Wegen bleiben. Oder auf diesen urzeitlichen Wegen auf jeden Fall. Was ist... Was ist ein Bencher-Eugnis? Was für Träger? Ich sehe keine Bencher! Okay, gut. Wartet mal. Wollen wir ganz kurz zum Wolf? Und die Keule. Oh, wer schlägt mich? Ich mag keinen Schmerz. Erstmal ein bisschen Fleischschnecken. Ranger! Wo? Da. Kannst mich mal. Stirb! Wolfi, was ist? Hast du? Haben wir einen Typen gerettet? Takedown. Yeah! Ich habe noch einen Wolf, hat es vergessen. Hi! Oh, bist du süß! Aua! Fucking Dax! Hi, du bist süß! Das ist ein Wincher gewesen, oder? Nee. Abgeschlossen. Aber wir haben niemanden befreit. Die sind alle tot. Oh, mein Schatz. Jaguar, heute? Das ist... Das ist unserer! Hör auf, unseren Freund zu fressen! Habe ich jetzt keinen Jaguar mehr? Doch. Ich nehme jetzt trotzdem den Wolf. Keine Ahnung. Der warnt mich mindestens vor Gefahren. Okay. Der warnt mich noch. Das ist noch ein guter Junge. Komm schon, Wolfi. Wir gehen. Ah! Komm mal her. Aua! Ich wollte den zählen, aber der ist böse. Warte mal! Okay, enttöte ihn. Er war böse. Ich bin schon zu. Westen kam. Ich habe keine Unterhaltung in der Steinzeit. Jetzt töte meinen Wolf nicht! Was bist du für ein Monster? Was ist das für ein Monster? Jetzt töte meinen Wolf. 15.000 Kriege hat er in einer Schlacht besiegt. Aber er wird von Dax getötet. Was ist da hinten los? Komm schon! Habt ihr Holz dabei gehabt? Ich frage ja nur. Ich brauche Holz. Ich weiß, ich gehe jetzt schon wieder zurück, aber ich will jetzt wissen, was auf diesem Fragezeichen da ist. Nein, ist da Holz. Hast du Holz? Nö. Blödmann. Was ist da hinten los? Was ist hier los? Was ist hier nur los in dieser Welt? Lagerfeuer entdeckt. Das erklärt die ganzen Wiener. Und das Feuer. Äh, Wolfi, du hast da was. Hier. Ist. Und geh aus dem Feuer raus! Komm her! Geh aus dem Feuer! Kein Wunder, dass ich in die Pfeile habe, wenn ich sie immer hier investieren muss. Jetzt muss ich hier auch noch zurückgehen, um so scheiß Leute zu töten. Erledige das da vorn mal. So, was auch immer es ist. Ich hab keinen Bock, dass irgendwas in die Quere kommt. Da ist ein Freundlicher. Hey, Bro! Da, Wolf. Tut mir leid, Frau. Ich weiß, Frauen tötet man nicht, aber du hast keine andere Wahl. Hi, Typ. Willkommen in unserem Team. Jo, kein Ding. Finde ich auch toll. Hast du Holz? Ja, ich bin Taka. Hast du Holz? Ich mag den Typen nicht. Hier hast du Fleisch. Nee, nee. So gut. Jetzt lass uns unseren Weg mal fortführen. Wir haben genug getötet. Oh, geil. Rotblatt. Oh, seltener schwarzer Jaguar. Toll! Jetzt hast du auch noch einen seltenen getötet. Krieg ich jetzt ein seltenes schwarzes Jaguar-Feld? Okay, gut. Ist okay. Wenn ich das dann bekomme... Holz! Noch mehr Holz. Sind wir jetzt eigentlich hier im Gebiet des Jaguars? Oder warum sind hier so viele Jaguare? Ich bin eigentlich im Gebiet von gar nichts. Doch hier, Jaguar. Gut. Schatz, was ist hinter uns? Gut, sie sind weg. Du hast sie verjagt. Toll! Du hast wieder unsere Freunde verjagt. Dann ist wieder ein Fragezeichen. Bin ich da nicht gerade gewesen? Schon wieder, Leute? Wer sieht mich hier? Kätzchen? Ist das da tot? La 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 la. Oh, eine Frau. Alter! Alter! Das kann man doch auf YouTube nicht zeigen. Hier! Alter! Hier! Bewegen! Nö, jetzt hab ich die auch noch um mir drauf. Das ist ja Katja Krasowitsch! Geht ja gar nicht. Ach, komm mit, Wolfie. Obwohl das die Hö... ...besuchen. Guck mal. Lass ich nicht von der... Hast du gerade auf die Schlange gepinkelt? Nee, nee. Ach, Wolf. Was ist das? Warte, haben wir noch eine Keule? Ich will sie mir mal angucken, die Höhle. Hallo, wer wohnt hier? Ich störe hoffentlich nicht. Ich bin dein Freund deines Vaters. Wenn du keinen Vater hast, bin ich ein Freund deiner Mutter. Und wenn du keine Mutter hast, dann bin ich ein Freund deines Nachbarn. Du hörst was, ne? Feinde. Pssst. Pssst. Ganz ruhig, Süßer. Ganz ruhig. Woher hast du Gefahr, mein Schatz? Erstmal hoch da. Jetzt kann ich einschlagen. Hallöchen. Deiche Hand nehmen. Flütstein nehmen. Okay. Ich hab einen von 100. Deiche Händen. Geil. Was auch immer das bringt. Wahrscheinlich irgendwie so eine Sammelquest. Aber ich kriege eine Belohnung. Ja, ich komm ja schon, mein Junge. Hör auf, du Pinkeln. Bitte. Das ist echt gruselig irgendwie. Keine Ahnung. Es ist nicht mal dunkel. Es ist einfach nur ein bisschen... Gruselig. Gut, viele Wege führen noch rum. Das ist anders durchgekommen. Hm. Ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. Was ist das? Was ist das? Nordschwarzstein nehmen. Nämlich... Suchen. Südaarhorn. Da hinten. Junge. Okay, es ist zu... Es ist zu spät für einen heimlichen Angriff. Ich seh's ein. Ich komm nicht durch. Mein Junge, geh ohne mich. Was sind weitere? Ich will meine Pfeile zurück. Ja, friss. Du bist mein wichtigster Kämpfer. Aber ich denke mal... Tut mir leid, mein Schatz. Ich denke mal, der Jaguar ist weitaus nützlicher als du gerade. Weil der kann schleichen. Und du nicht wirklich. Du bist einfach nur laut. Wo ist mein Jaguar? Wo ist meine kaltblütige Bestie? Kommt sie? Da bist du, mein Schatz. Wir müssen vorsichtig sein. Hier mögst du noch mehr sein. Hinten? Ich muss zugeben, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ist wahrscheinlich auch nicht so schwer, sich hier zu verlaufen. Auf jeden Fall sind wir in einer... Äh... Ich hab wieder vergessen, wie die heißen. Wir haben unser Ziel schon wieder aus den Augen verloren, unser eigentliches. Okay, der Jure da was. Es geht so schnell hier, sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Das glaubt ihr nicht. Da oben. Pssst. Ganz ruhig. Sie sehen uns nicht. Dich sehen sie natürlich. Fledermäuse. Komm schon, mein Junge. Ja, komm. In den Arm. Sorry. Wollt's eigentlich cooler machen. Winja! Winja hat Feuer! Ich mach lieber Feuer haben. Die Winja. Brav. Brav. Erstmal esse ich Fleisch, dann kriegst du Fleisch. Obwohl, du kannst auch die Feinde fressen. Weißt du, wenn ich die Feinde fresse, dann bin ich ein böser Mensch. So wie die. Aber du darfst das. Das ist so unfair. Gut. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Höhle ist, aber ich find's egal. Auch, wo ich mich verlaufen habe. Ich find sie einfach nur geil. Aber die Folge ist hier leider auch zu Ende. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, wir schauen uns die Höhle in der nächsten Folge wieder an. Also bis dann. Ciao.